Ein richtiger Spezialist ist dagegen Herzschlag. Er ist der milchwertstärkste geprüfte Stier beim Fleckvieh. Letztes Jahr war der Tiroler unser Überraschungsgast. Wir sind froh, dass es ihm in Neustadt so gut gefällt. Bei dieser Betreuung ja kein Wunder. Herzschlag lässt weltweit Herzen höher schlagen. Ebenfalls kein Wunder bei diesem imposanten Bullen. Aus den besten Herzschlagkühen stammen hochinteressante Jungvererber wie zum Beispiel Spartakus, Himmelblau oder Wutthaus.